So, Pinky, Aufnahme läuft. Oh. Jupp. Alex, du bist schon dabei? Ich bin wohl, äh, weiß ich nicht. Hä? Wo? Was? Alex, hast du deins gestartet schon? Nee, noch nicht. Ja, mach mal raus, oder? Oh, Alex. Ja, jetzt, echt, äh. Äh, weiß ich, weiß ich nicht, was ihr hier spielen wollt. Äh, was du vorgeschlagen hast, ey. Wir kaufen uns das alles und dann spielen wir das nie. Ja, genau. So machen wir das. Alex, hast du es noch nicht verstanden? Das war doch das Spiel. Und sind wir mal nett? Ja, genau. So, und wir sind jetzt bei einem neuen Spiel. I will eat you. Me, euch, alle, ess ich. Auf. Und damit meine ich, Miss Pinky ist dabei, Alex ist dabei, Summi ist dabei, Lexi ist dabei. Und ich, der Psi, ist auch dabei. Die Psi. Die Psi, die Psi ist auch dabei. Um es noch etwas deutlicher zu sagen, der Psi. Ich weiß, es kommt immer ein bisschen komisch rüber. Dann erstelle man Server. Aber für sechs Spieler wird reichen. Könnte ja sein, dass Mofo gleich noch dazu kommt, das schauen wir da mal. Wir bleiben erstmal bei Classic natürlich und auch kein Raccoon-Mode. Noch nicht. Ich weiß auch nicht, was der ist, was der soll. Passwort, ja, später mal. Also, nächster Vorname, 355, natürlich. Und Passwort... Na, so. Man, wie kreativ. Ja, absolut. So, muss ich da jetzt... Muss ich da jetzt eine von den Dingern da unten auswählen, von den Landschaften scheinbar, ne? Wahrscheinlich. Ich nehme mal die dritte... So, geht das? Hatte ich schon mehr, aber ich habe gedacht, dass der Schwarz-König ist, dass der Schwarz-König ist, Oder so. Das ist auch automatisch wechselt. Das wäre eigentlich nett. Ja. Gut, aber Server ist jetzt erstellt. Ja, Spielchen müssen wir dann machen, ne? Ja, aber irgendwie findet der nix. Da ist er. Doch, da ist es. 355, gleich mal sperren. Ja, genau. So, ich habe schon Geld kassiert hier. Wo muss ich denn hinklicken, hä? Ja, eben, ich kann nur aufsperren. Ja, ich auch. Das will ich aber ja gar nicht. Ähm, ihr müsst auch ein Passwort eingeben können, oder? Nee. Nein. Ja, überhaupt nix. 4, 4 war es falsch. Dann müssen wir auf sperren drücken, ne, ne? Na, dann sperren wir ihn jetzt. Da müssen wir ein Passwort eingeben bei sperren. Nein, oh Mann. Ich gehe nochmal aufsperren. Ja, siehst du, das ist die doofen Übersetzung bei dem Spiel. Ja. Das hat ja eben nur so. Einige Übersetzungen nicht so gut. Ah, jetzt. Ah, jetzt. Muss ich auch sperren gehen. Ah, jetzt, ja. Wo ist er? Wer hat denn da jetzt schon einen Bär auf dem Rücken? Ich. Ich. Er hat sie ja vorgespielt. Echt eh. Ihr seid solche Cheater. Ja. Ja, ich hab mich gecheatet. Oh Gott, meine Kamera war weg. Wer leuchtet? Oh, wer hat denn den Toten kommt? Hä? Ich hab keinen Töten Kopf. Ne, der ein Bär auf dem Rücken hat. Ich muss gerade auch nochmal gucken, wie die Fastenbelegung war, meine ich. Ah, oh Gott, ja, ich auch. Also tatsächlich ein B-A-S-D. Ja, das finde ich. Oh, wer war das denn? Ich. Oh, wie? Aber das ist blöd, dass man die Narben nicht sieht. Wie war denn nochmal Rennen? Ja, genau. Das gucke ich auch gerade. Äh, mit Shift. Mit Shift? Wie immer eigentlich. Wie bei Wittes auch. Faces so springen. Genau. Shift. Ah, okay. Hey Gott. Hey, 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 hey. Ah, okay. Ehm... Müsste nicht eigentlich einer suchen? Oder so? Ja, wir müssen... Ja! Wir müssen einfach mal das Spiel machen! Spiel starten und dann ist einer, ist Bär und dann sehen wir dann. Ja, dann machen wir. Ich höre nicht mehr auf die Tanze. Die kann nicht aufhören zu tanzen. Ähm... So, es geht los. Und es war ja wieder so klar. Ach, du bist Bär. Und wie können wir was und warum? Weshalb? Wieso? Wir dürfen uns einfach noch nicht vom Bär erwischen lassen. Kommt so an! Hilfe! Wieso kann ich eigentlich nicht? Ah, doch, kann ich. Und du kannst, wenn du mit, äh... Kuh kannst du einen kurzen Moment schnell rennen und mit E niest du einmal und dann hast du Nebel um dich rum. Hilfe! Ah! Woah! Hey, wieso hast du denn nicht schlecht, verdammt? Scheiße! Uh, ich habe einen Bär gesehen. Oh, Corona-Wolke. Oh, das war ein Panda. Wieder ein süßer Panda! Wuhu! Hahaha! Verdammt! Doof ist, dass man nicht sieht, ob der jetzt gerade hinter einem ist, oder nicht? Ja, das stimmt. Das ist kein Lutschspiel. Ah, mein Gott! Sie war... Hahaha! Ui! So muss man quasi zwei Minuten überleben, ja? Das ist wohl... Okay. Kannst du auch verstecken, aber ich glaube, die kann durch ihren, äh, durch ihr Brüllen, kann die, glaube ich, rausfinden, wo du bist. Woah! Deswegen bin ich jetzt, äh, immer auf Achse. Hahaha! Oh! Ah! Oh! Toll! Ich denke noch, du kannst ja gar nicht über dich gucken. Auf einmal ist da etwas schwarz-weißes blauig. Uah! Uah! Komm doch her, du! Schaudi! Oh, du! Komm doch! Oh, du! Oh, du! Ich komme nicht. Oh, du! Oh, mein Gott! Oh! Schnell weg hier, da hat jemand eine schwere Erkältung. Woh! 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 Was? Woh! Ei, ei, ei! Da knurrt aber einer laut, ey. Es fang ich an zu lachen. Ja, ich auch schonmal. Ist das meine Figur? Ja, die issers! Wenn du es nicht selber bist, ist das deine Figur! Oh, oh! Oh, 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 oh. Oh, 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 oh. No! Ach, scheiße. Ach so, überleben wir winnen. Das C to get award. Oh mein Gott. Die Häschen sind süß, ja. Aber ich hab das immer noch nicht so ganz geschnallt, ob man dann da irgendwie... Du siehst ja eigentlich nichts. Du siehst nicht, wie hinter dir ist, du siehst nicht, ob irgendjemand in der Nähe ist. Ja, du kannst dich auch schon umdrehen. Nee, kann ich nicht, dann renne ich ja in die Richtung. Dann renne ich dir mir entgegen. Ja, dann musst du natürlich stehen bleiben, in dem Moment, wo du dich umdrehst. Ja, wenn der Ball hinter dir ist, dann nützt du das ja auch nichts mehr. Nee, dann nützt das jetzt nicht. Ey. Wieso springt mich hier jetzt ein Kaninchen an? Killerkaninchen. Ja, du. Komm, wir gehen in die nächste Runde. Ja, okay. Oh, oh, ich bin Bär, ich bin Bär. Oh nein. Oh, oh. Nee. Nee. Scheiße, ich weiß nicht, wenn man sich bückt. Kann man sich bücken? Bück dich. Ja, ja, aber keiner bücken. Wie denn? Ja, ich weiß es ja eben nicht mehr. Verdammt. Dem laufe ich da eigentlich krass hinterher? Ich weiß nicht, mir nicht. Mir. Mir. Hilfe. Ah, fuck. Verdammt. Verdammt. Na, wer macht denn da Mucke? Ja, ja, auf einmal klingt was schießen. Ah, nein. Nein, 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 nein. Nein! Ah! Scheiße! Auf der Hacke! Ist ja schon witzig, ey! Ich glaub, wir sollten mal ne andere Map nehmen. Warum putzt dich eigentlich der Hase? Ja, nützt es noch? Ja, n bisschen. Komm her, du Schriegel! Komm! Warum putzt dich eigentlich? Weil es einfach niedlich aussieht, wahrscheinlich nicht. Sommige zeige ich dich. Niemals! Mach mal Musik! Mach mal Musik! Nein! Hör auf zu brüllen! Das ist kein Lüter! Ich dir unterhäusern kann, dann kann ich durch, aber durch den Zaun nicht. Ja, komisch. Ich weiß nicht, was ich mit dem Brillen genau... Ja, das ist ein Radar. Ja. Du kriegst, glaub ich, ne rote Anzeige, je nachdem, wo da einer ist. Genau. Ja, ich bin hier in deiner Nähe. Ich hab noch nix zu reden. Pff. Hier auf der Brücke bist du angemassen sicher, hab ich gesehen. Ja, warte, ich komm mal dahin. Ja. Und dann bin ich oben ins ganze Ruhe hüpfen und dann bist du weg. Ja. Ja. Na ja, ja, ja. Wie, da muss ich verdammt. Wuhu! Na, immerhin da ihr bist! Wuhu! 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 Ich finde die... die Maps gar nicht so schlimm. Also gar nicht so schlecht. Also... doll. Der ist auch so okay. Das ist halt alles ein bisschen eckig, aber sonst... Ja, okay. Das ist ja bei Richard und so auch. ja hier ist ein hohen ein bär oa ich bin ein kein bär ich bin ich auch noch kein bär ich gehe mal hier weg kann man sich eigentlich zwischendurch umziehen also noch nicht wer ist denn jetzt eigentlich noch mal geht nicht kann man nicht ich kann nur schnüffeln ich habe schon was gehört ein panda im galopp gehört schade dass man nicht in den häusern reingehen kann nämlich gerade nicht wohl warum bei dir oh scheiße oh scheiße oh scheiße ich höre da irgendwas ich höre da irgendwo wie sie alle schnupfen haben ist Huf! 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 Oh, dann! Huf! 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 Ist das gemein! Gar nicht! Huf! 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 Ähm... Ach, da kann ich die ganze Zeit laufen, oder? Huf! 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 Verdammt! Kann ich den Bären doch in den Hintern treten? Wow! Uuuh! Huf! Tito, t嚃ttu, tete! Ah, ähm... Nein, der paul, zu sich, ey! Ich messe, der hat einen Mundgeruch! Huf! Ja, indem du dann dasch, de Prepare! Junge! Oh, voll der Nebel hier, ey. Ich starte neues Spiel. Okay. Ja. Oh, ist das geil. Oh, nein, da war der Alec. Oh, verdammte Hacke. Oh, das Lache ist so ein Schnecken. Oh nein, am liebsten und dann, hey, weil ich auch rausgekommen bin. Scheiße. Gegen das Haus gerannt. Ach, man kriegt Punkte, wenn man Mucke spielt. Echt? Ja, ich hab mir schon so was gedacht, weil das macht ja sonst keinen Sinn. Weil du machst ja damit auf dich aufmerksam. Ja, ja. Das heißt also... Alex, geh weg! Oh, oh. Ich mag diesen Song. Oh, okay. Oh! Oh, okay, okay. Okay, okay, okay. ich hab mich verlaufen ich weiß auch nicht wo ich bin gibt es doch gar nicht hier länger was spielt desto mehr kriegt man ok wo ist denn der teddybär genau hinter dir macht kalt wieso treppchen an mich zu reden ich hätte sie alle musiker machen ich nicht mehr Ich hab mal was für ein Echt gehabt. Nein! Ja, 47 XP, ja. Ja. Ich will mich auch mal umziehen. Aber wieso zählt der jetzt immer noch, hä? Ja. Huuuui! Gott, ist das doof. Zerreißt du jedes Mal, ey. Oh, mein Gott. Oh, mein Gott, ey. Oh, mein Gott, ey. Da, da, neues Spiel. Oh, mein Gott.